Mäuse, ihr Fuchs, da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder direkt zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir uns bis nach Arcala vorgearbeitet und sind jetzt gerade im Schrein direkt beim Stall von Arcala und müssen jetzt irgendwie rausfinden, was wir tun müssen. Hier gibt es eine Apparatur, oh ja, oh nö, ne, nö, ne, nicht really, oder? Oh je, also jetzt, die Aufgabe ist vermutlich, ja, okay, warte, 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 ach du Scheiße. Okay, warte, warte, das könnte schon reichen. Oh, ich fasse es nicht. Wie genial, gut lief das denn? Okay, ich hab's auch manchmal drauf, ne, ich will nix sagen, aber manchmal, wenn ich nicht mit irgendwelchen großen Kugeln spielen muss, läuft's. Wenn ich mit kleinen Kugeln spielen muss, na, super. Große Bällchen, nee, so mein Ding. So, moin, hi. Ich hab deine Prüfung geschafft, das ging doch relativ gut. Und du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ja, wie man mein, ne? Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Was krieg ich denn? Einen Gutschein von McDonald's oder? Ach nee, hier, so ein, ach so, so ein Kügelchen wieder. Ja, gut, viel gut. Dürfen schon wieder drei haben, ne? Eine noch, eine noch. Rams, baladada. Zeichen der Bewährung. Bing. Eins noch, dann haben wir schon, und dann noch vier Stück, und dann haben wir es doch schon, oder? Ich kann leider nicht zählen, weil mein Rekord-Symbol wieder im Weg ist, aber ich glaub schon. Im Ladescreen sehen wir es wieder. Und da fädet er da away. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, ja. Der nächste wäre dann das zwölfte, und dann noch einmal vier, und dann läuft das doch. Temperament eines Pferdes. Oh, ich war zu langsam. Oh, nee, oder? Das macht mich echt unglücklich mit diesem einfliegenden Dödeler. Da muss es auch einen Weg geben, ohne. Umgefliege. Da kommen wir bestimmt irgendwie, kommen wir da rauf. Wir müssen vielleicht, wenn wir vom Zora-Berg fliegen, dass man da irgendwie drin landet. Wir müssen mal gucken, da gibt es bestimmt einen schlaueren Weg als den validen Weg. Wir können natürlich auch versuchen, hier einfach den Berg hochzuklettern. Könnte auch klappen. So, erstmal Stall von Süd-Arkala. Was willst du hier? Du siehst ja mal verdächtig aus. Ich bin friedlich. Jana. Das werden wir sehen. Hm, was hast du denn da? Rüstgras? Würdest du mir vielleicht eins davon abgeben? Ja, nimm ruhig. Danke. Du trägst meine Lieblingsblumen mit dir. Vielleicht bist du doch gar kein so übler Bursche. Kommen wir zur Sache. In Arkala gibt es nichts. Gar nichts. Warum bist du also hier? Ich reise. Ne, ich suche Dummster. Dummster? Der Zimmermann? Der war hier. Murmelte was von Tabula Rasa machen und dass er ein Dorf von Grund auf erbauen wollte. Er ist zum Arkala-See, wenn ich mich nicht irre. Der Arkala-See ist östlich von hier. Wenn du Interesse hast, geh ihn dir ansehen. Okay. Das war's. Jana hat sonst nichts weiter für uns zu tun. Und du, was erzählst du so? Hallo. Dich habe ich noch nie hier gesehen. Ich bin ein Reisender. Hm, aha. Du reichst ganz alleine an einem so entlegenen Ort? Du kannst wahrscheinlich gut kämpfen, was? Das will ich meinen. Und bescheiden bist du noch dazu, wie ich sehe. Na, schon gut. Ich bin selbst gar nicht so schlecht mit dem Schwert, aber im Moment läuft es nicht so gut. Mein Schwert taugt einfach nichts. Das ist das Problem. Deswegen dachte ich mir, ich schaue mich mal nach dem legendären Schwert um. Was denkst du? Legendäres Schwert? Genau. Warte, ich muss drücken. Es soll in der Nähe des Todesbergs zu finden sein. Aber anscheinend nicht in dieser Richtung. Vielleicht auf der anderen Seite, in der Nähe vom Stall des Waldes. Schätze, ich sollte bald mal zum Stall des Waldes aufbrechen. Wie sie sich alle drängen. Hol dir mal bald jetzt hier mal deinen Schwert, ne? Moin. Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du hier seine Ausrüstung ändern oder seine Mähne auffrisieren. Wir freuen uns auf dich und deinen behuften Freund. Ja, nö. Alles gut, alles gut. Wie sieht es hier aus? Noch jemand hier drinnen, der noch irgendwas will? Nö. Nö, ist nix los, ne? Da würde ich sagen, Leute, lasst uns mal den Aufstieg wagen. Wir müssen am besten hinterrücks irgendwie in dieses Ding hinein. Und dann bei diesem fliegenden Teil möglichst ausweichen. Schauen wir doch einfach mal. Wir versuchen mal einfach unser Glück. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Kletterband. Hoffen, dass uns das Ding einfach nicht sieht. Und dann schauen wir mal. Wir können ja immer zwischenspeichern. Aber lasst uns doch einfach mal den Aufstieg wagen. Hier geht es noch so. Hier nicht mehr. Hier müssen wir schon ein bisschen klettern. Wir sollten jetzt auch noch nicht diese Sprungfunktion verwenden, weil die doch einfach sehr viel Energie aufbraucht. Lasst uns mal vorsichtig klettern. Hier sieht das ja schon so aus, als wäre es dafür gedacht, dass wir das tun. So, wo kommen wir denn jetzt am schlauesten weiter hoch? Ich würde sagen, hier so seitlich. Das könnte reichen. Das könnte auch zu knapp sein. Mal gucken. Ja, ich glaube, ob das geht. Obwohl es schon ganz schön hoch ist. Mal sehen. Turme klimmen. Das ist jetzt, das wird lustig. Wir könnten natürlich auch den regulären Weg gehen, aber der wird vermutlich voll von Gegnern sein und ätzend. Deswegen lasst uns doch mal versuchen, ob wir so hinterrückseitig da irgendwie hochklettern können. Okay, what the fuck? Ich habe hier schon mal irgendwas Gruseliges gehört. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal ein Bömmchen, weil das hier sieht doch einladend aus. Werfen das Bömmchen dahin, machen Bäm. Und finden hier ein paar schöne Dinge. Oh, immerhin. Der Aufstieg hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Oh, so viele Saphire. Kohle geht da rein, sage ich mal nur. Kohle geht da rein. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Jetzt kommt hier aber nicht so ein Blutmond, oder? Muss jetzt nicht sein, ne? Regen vor allen Dingen wäre auch richtig scheiße. Dann wird unser Plan nämlich zunichte gemacht. Wir speichern hier mal auf dieser Ebene zwischen. So. Und klettern dann mal weiter. Na komm, links. Immer munter weiter. Hinauf hier. So weit, so interessant. Ruinen der Akala-Festung. Okay, es ist also wirklich mal eine Festung gewesen. Mit Fokus auf gewesen. Denn jetzt sind es offensichtlich Ruinen. Aber gut. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir wollen ja nur an den Turm ran. Wir wollen ja noch gar nicht in die Ruinen rein. Das können wir mal machen. Wenn wir mal super stark sind. Oh, cool. Moin. Na? Oh, scheiße. Darüber geeiert. Bäm. Oh, warte. Nicht den Hammer. Nicht den Hammer. Nehmen wir mal die starke Lanze. Da können wir ein bisschen Distanz zu ihm wahren. Und jetzt müssen wir ihn einfach nur noch da... Wenn die doch nur da runter... Genau. Das habe ich gewollt. Und tschüss. So. Der ist weg. Okay. Jetzt speichern wir wieder. So. Ich habe ein bisschen Angst vor dem fliegenden Ding. Weil wir werden wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Da kommt es auch schon. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, was wir gegen die Biester tun können. Ich habe keine Ahnung. Wir klettern mal hier hoch. Das führt wohl an ihm vorbei. Erstmal. Ich habe... Ich muss gestehen. Wir sind glaube ich noch nie eine... Oh, da sind doch noch zwei. Wir sind glaube ich noch nie einem fliegenden Wächter begegnet. Und wir müssen jetzt wirklich versuchen auszuweichen. Dass die das nicht mitkriegen, dass wir hier sind. Dafür könnten wir mal versuchen da hoch zu klettern. Und dann den direkten Weg zu wählen. Aber ich denke, das wird zu hoch sein. No, wir gucken mal. Noch wurden wir nicht entdeckt. So. Hier ist eine Metalltür. Die Frage ist, was macht man mit so einer Metalltür? Kann ich mich dann mit dieser Metalltür vor den Biestern verstecken? I don't know. Wir speichern aber erstmal. Also man könnte das jetzt alles hier kaputt machen. Aber das liegt hier wahrscheinlich nicht ohne Grund rum. Deswegen lassen wir das erstmal. Und versuchen uns jetzt einfach mal hier seitlich weiter hoch zu schummeln. So, dass sie es möglichst nicht mitkriegen. Vielleicht klappt es hier. Es fängt jetzt nicht an zu regnen, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Hier steht nichts von Regen. Steht nur so ein bisschen bewölkt. Komm schon. Ist das Absicht, dass man da nicht hochkommt, oder was? Was hat aufgehört? Das war nur ein kurzer Moment. Das kommt schon Link. Das schaffen wir, oder? Guck mal. Oh oh. Das ist gar nicht so hoch. Das könnte tatsächlich vielleicht klappen. Wenn das hier als Pause zählen würde. Und ich glaube, das zählt nicht als Pause. Aber es könnte trotzdem klappen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Link, komm schon. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Wir müssen nur seitlich da rüber. Das wird als fester Untergrund zählen. Siehst du? Kurz entspannen, kurz entspannen. Wir haben uns echt hochgecheatet, Mann. Wir haben uns echt hochgecheatet. Jetzt wird gespeichert. Weil wenn jetzt was schief geht, sind wir hier safe. Wir haben uns echt hochgemogelt. Das will ich aber jetzt mal lohmend erwähnt bekommen. Das sieht aber scheiße aus hier. Da sehe ich so ein komisches Auge. Das kennen wir ja inzwischen schon. Okay, das hat uns ein Metall-Dings gegeben. Oh je, wie kommen wir denn da hoch? Also das wird interessant. Das wird interessant. Da kommt man, glaube ich, nicht so ohne weiteres hinauf. Upsala, das wollte ich nicht. Ich wollte das Metall-Ding mal mir nehmen. Die Frage ist halt, was man damit macht. Ich lege es erstmal da oben hin. Vielleicht fällt mir noch ein, was wir damit tun sollen. Aber jetzt so akut habe ich erstmal noch keine Idee. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir am besten da hochkommen. Und wir müssten am besten da hinauf. Das könnte man mal versuchen, indem wir da mal hochklettern. Lass uns das mal machen. Das dürften wir, glaube ich, schaffen. Wenn wir da hingleiten und dann klettern. Wir haben uns kurz Aua gemacht, aber es klappte. Oh, da um. Ist was. Wir sind Gegner. Scheiße. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Hallo. Na? Geh mal weg. Danke. Überlebt er das? Oh, das ist ja ganz schön am Huckeln, du. Das sind gar nicht mehr so wenig Gegner. Na gut, dann würde ich sagen, äh, wir gehen mal da rüber. Oh, oh, wenn es nicht geklappt hat. Die! Oh, was hast du da vor? Das lassen wir mal schön sein, mein Freund. Und dann kriegst du noch einen rein. Das war unser Bogen. Ist aber kein Problem. Wir haben ja noch mehr. So ist es ja nie, ne? Hallo. Na? Bum. Und noch einen. Ins Gesicht. Bam. Den haben wir kaputt. So. Ich kenne ja unser Glück, dann ist hier gleich hier. Dingsbums. Nacht. Vollmondnacht. Blutmondnacht. Und dann sind die alle wieder da. Na, komm ran. Äh, er schneidet das eh nicht. Kann eh nichts tun. Wichtig ist, dass wir die mit den, mit den Bögen. Upsala. Die müssen wir wegkriegen. Oh, uns gehen die Waffen aus. Uns gehen die Waffen aus. So. Hi. Haben wir jetzt hoch? Nö. Er hat es versucht, aber... Wirklich geschafft hat das nicht. Na, komm mal hier. Was ich hier für dich habe. Warte, warte, warte. So. Komm mal, komm mal hier. Für dich. Ein Geschenk. Stresst doch mal hier nicht so rum. So, den haben wir auch weg. Und jetzt bleibt noch dieser eine hier. Der da auch an dem Gummel rumhängt. Was ist denn los mit euch? Bounce. Hier geht die ganze Pfeile aus, wegen euch Dödeln. Hier hängt aber auch Scheiße rum hier. Das ist süß, wie du es versuchst. Die. 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 Na, also. So, jetzt haben wir die alle kaputt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg da hoch finden. Aber auch das schaffen wir noch. Jetzt gehen wir erstmal wieder da hinauf, würde ich sagen. Erstmal hier wieder hochklettern. Jetzt muss ja irgendwie einen Weg da hingeben, ne? Irgendwie muss es ja gedacht sein, dass wir da hochkommen. Wie man könnte versuchen. Oh, oh. Vorsichtig und in aller Ruhe, bitte. Da ist Gummelgabbel drumrum. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen auf die andere Seite. Da, wo kein Gummelgabbel ist. Gummelgabbel. Oh, mal geil, ne? Lass uns erstmal speichern. So. Kein Gummelgabbel. Es darf kein Gummelgabbel auf der Seite sein. Das muss ja dann eigentlich diese Seite sein. Dann waren wir doch eigentlich schon auf der richtigen Seite. Oder kann man hier irgendwo... Ist hier irgendwo noch so ein Auge oder sowas, wo wir irgendwas deaktivieren können, dass da irgendwie was sich löst. Ist halt auch noch dieses Metallding vorhanden, ne? Wo ich nicht weiß, wofür wir das brauchen. Ich hab echt keinen sinnvollen Weg gefunden. Ähm, lasst uns mal da rüber. Oh, scheiße, scheiße. Ah, toll. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Dann müssen wir da halt hochklettern. Ist kein Problem. Auch das schaffen wir. Wir müssen halt nur versuchen, so ein bisschen dem Gelee auszuweichen. So. Man muss einfach nur... Oh. Gib mir mal das da. Wir müssen das einfach so legen, dass wir über den Gummel drüber kommen. Ich denke, du musst das mal drehen. So. Und wenn wir das jetzt weglegen... Ja, also. Und damit sollte es klappen. Okay. Vorsichtig. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Ey, wir haben uns echt hier hochgemogelt. An den ganzen Dingern vorbei. Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Aber gut, noch sind wir nicht oben. Wir müssen erst noch nach oben kommen. Wenn wir das erfolgreich geschafft haben, ohne dass jetzt gleich irgendein Laser-Monster uns runterschießt, dann bin ich zuversichtlich. Dann habe ich das Gefühl, dass wir es auch wirklich geschafft haben. Also wirklich geschafft haben. Und dann können wir uns auf nach Akala machen. Und vor allen Dingen dann auch zu dem zweiten Professor, wo wir noch eine Quest offen haben. Guck, hier sind sogar Kanonen dran. Ich stelle mir auch vor, dass dieser Turm ein guter Punkt ist, um nachher dann an verschiedene Orte zu... Ich glaube, wir müssen mal eben die Klamotte wechseln. Denn es wird kalt. Äh, wo ist unser Winter? Wams hier. Zack. Ausrüsten. Bam. Wir kämpfen ja gerade nicht. Da können wir uns ruhig mal wintermäßig kleiden. Gar kein Problem. So, Link. Munter hinauf. Munter hinauf. Du hast es gleich geschafft. Es ist nicht mehr weit. Oh, der Todesberg da hinten auch im Hintergrund. Das ist auch so krass, ne? Hier ist es mega kalt und da drüben siehst du den Vulkan am Lodern. Können wir nicht von hier direkt schon auf den nächsten Turm gleiten? Reicht das nicht? Sieht so aus, als könnte es gehen. Aber ich glaube, die Distanz ist doch zu hoch. Das täuscht halt immer dann ein bisschen. So, weiter hinauf. Weiter hinauf. So, Link. Was sagt denn unsere Uhr? Wie haben wir denn gebraucht? Oh, geht ja. Also wir schaffen auf jeden Fall noch eben die Map hier mal anzunehmen. Dann haben wir das definitiv aktiviert. Sehr gut. Shikastain erkannt. Shikastum wird aktiviert. Da sehe ich schon mal einen. Einen Schreiner habe ich schon mal wieder gesehen. Aber ich denke, hier wird es noch mehr geben als noch einen. Auf jeden Fall wäre das dann unser nächstes Herz. Die Datenübertragung beginnt. Ding, 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 ding. Bang. Du, 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 du. Wunderbar. Jetzt wird es noch dieses kleine Mittelding. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Sehr schön. Unsere Karte füllt sich, Leute. Sie füllt sich. So, ich würde sagen, wir hauen die auch sofort wieder ab. Das ist ja mega unangenehm. So, wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin? Also, da sehe ich schon mal... Oh, warte mal. Was ist das? Vorsichtig. Ganz vorsichtig, Link. Wir sehen hier... Wieso duckst du dich? Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal einen Schwein. Da können wir eigentlich auch schon mal hinfliegen. Das war der, den wir schon geholt haben. Mal warte hier erstmal untersuchen. Antikes Zahnrad. Ja, warum nicht? So, warte. Bevor wir jetzt abhauen. Wo ist denn hier was? Wo ist denn... Ich habe irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren. Dahinten ist irgendwas Spiralisierendes. Das sieht auch komisch aus. Na gut. Ich würde sagen, dann machen wir uns tatsächlich erstmal auf zu diesem einen Schrein. Das sollte wohl klappen. Wir müssen natürlich nicht direkt dahin fliegen. Wir können ja hier... Da hinten sind so Brücken. Lass uns mal zu dieser Brücke fliegen. Und von da aus können wir dann zu dem Schrein latschen. Das sieht doch total angenehm aus. Los geht's. Nioh. Ich bin ein total guter Dinger. Hauptsache wir werden nicht entdeckt. Oh cool. Das ist mal geil. Ah, das ist mal richtig schlecht jetzt. Ja, warte mal kurz. Warte doch mal kurz. Lass mich doch mal... Ich muss mich erstmal hier entspannen. So. Ihr hört den Haarenkriegen. Ihr wisst, was wir uns sagen. Wir lernen uns sagen, Leute. Es ist Zeit, hier kurz einen Break zu machen. Wunderbar dieses... ...den wir erklommen haben zu genießen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe ihr, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Ich hoffe, das Ding kommt nicht so nah. Ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Part wieder. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, das kommt echt so nah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, alles klar. Ja, und bis dahin dann euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Tschüss. S pupils zack. Musik Sop Rinke. Musik